Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge äh Faktorio Faktorio mit den alten Verdächtigen äh ja weiter geht's ich werde ab sofort nicht mehr Katten haben wir uns beschlossen also wir katten schon aber wenn wir ihn nicht mehr verabschieden dann ja genau genau wenn wir gar nicht mehr Katten haben wir irgendwann eine 3 Tage Folge das ist doch perfekt ey müssen wir unser Leben lang Faktorio spielen weil wir nicht hatten genau ah jetzt wird mir auch die Verschmutzung wieder angezeigt sehr schön jetzt stehen wir einfach in der Sendlot rum und warten ja ja wir brauchen mehr Strom das ist aber irgendwie nicht machbar gescheit weil sonst die Aliens kommen so was erforschen wir jetzt weiter jetzt können wir meinetwegen Philips Logistik machen ja ich mag Logistik, Logistik ist cool hatten wir Logistik nicht schon? ne ich hab das geändert ich hab erst Logistik reingemacht wo es Garnier schon nicht gemerkt hat mehr dann Automatisierung das macht ja auch mehr Sinn so ich mach jetzt nämlich eine Automatisierung von der Erforschung so die ist viel zu nah boah das stört mich hier ey ich mach da jetzt Kisten hin mischt da das nicht natürlich das wird doch überhaupt nicht mehr weiter produziert irgendwann doch wenn das Fließband voll ist dann wird nicht mehr weiter produziert ja nö wir sind aber schon voll ja siehste das macht aber keinen Sinn ja das ist ja der Sinn davon ach halt zum Maul ey das kannst du hin machen ja hä wieso äh ah alter was ist das für ne Verkabelung ey ja alter wie ist das ausgeartet die machen wir später besser wenn wir die ganzen Stromleitungen haben alter ach du scheiße ey das sieht ja hier aus wie bei mir auf dem Tisch ey what the fuck grauenvoll ey ich kann sowas nicht haben einfach in der Mitte einfach tausende Kabel übereinander ah die haben wieder viel genug Strom viel genug Strom naja Tatsache hä warum liegt einfach nur daran dass sie nicht arbeiten naja so ich mach die jetzt einmal manuell her das reicht mir ok ich glaub Eisen haben wir erstmal ein bisschen genug ich bin der Meinung wir sollten die Produktion ich nicht von Fläschchen ja hier oben wo ich stehe machen so und dann die Forschung nebendran oder die Richtung nach oben Richtung Norden das war mein Plan ja aber da müssen wir das Labor nachher umstellen ja das steht jetzt auch nur erstmal provisorisch da ok so ey das würd ich grade machen du Dödel ey ne ist mir egal ich mach das äh wie viel brauchen wir überhaupt äh zwei Stück dann mach ich noch eins nein du machst jetzt nicht auch noch eins ich hab schon 10 alter du bist so ich spiel nicht gern mit dir wenns um sowas geht alter ohne Spaß nein ich hab nur das eine gemacht ok das haben wir Glück gehabt aber war schon 20 ahja macht keinen Sinn du fuck away ähm für Zahnräder man kann auch einfach einen Greifarm dazwischen setzen ne man muss nicht noch ein Fließband dazwischen haben so wir können auch dann einfach einen Greifarm von einem zum anderen hä warum hast du die soweit warte mal kurz hä hör auf meine Sachen abzubauen Junge die müssen von die müssen vom einen zum anderen transportiert werden ach so stimmt warum hast du das oh Alter als Paul es hat schon Sinn dass ich etwas mache wenn ich etwas mache ich hab das immer gemacht die Zahnräder nochmal extra dass ich absplitten kann später noch für die andere wo du Zahnräder brauchst ja das kann man später absplitten jetzt nicht ok warum nicht gleich jetzt weil ich das jetzt schon so gemacht habe ganz einfach hä wie absplitten ja dass du Zahnräder einmal extra produzierst und dann noch einmal die Fläschchen extra die Zahnräder brauchst du ja später noch aber wie willst du das jetzt schon vorplanen das kannst du jetzt schon vorplanen du machst einmal extra die Zahnräder dort und einmal dann noch extra die Fläschchen schon und dann kannst du später mit dem Teiler Fließband die Zahnräder auf die anderen noch verteilen so dann mach ich jetzt hier die Fläschchen hin und hier die Zahnräder oder wie ich hab's andersrum gemacht da können wir auch so rum machen das ist doch scheißegal ob man das macht ich hätte halt jetzt da die Fläschchen hingemacht weil ja noch mehr Fläschchen kommen echt sind da beide Zahnräder da kommen jetzt Fläschchen hin ok ich mach so lang schon mal Fließband da da hoch mhm ähm ja na toll jetzt brauchen wir doch noch Fließbänder dazwischen das ist doch alles viel mehr Arbeit ey ich hab Fließbänder ja mach mal hier oder was dazwischen so oder würde andersrum machen nein vom einen Teil zum anderen vom Eingreifamt zum anderen achso andersrum hihihi genau weil es werden ja hier die äh die Zahnräder hergestellt und die kommen dann da rein ähm hm hm du klingst verzweifelt verzweifelt? warum? ja ha aha nein du sagst das keine Logistik zu lange hey das ist doch geht doch eh nicht wieder weg nein wir müssen das umstellen weil ja jetzt die Fläschchen Fläschchen die Fläschchen da oben sind so ey geh weg ey ey da wollte ich grad eins hinstellen alter du wolltest die Fließbänder machen oh ach ja da rein kümmer dich jetzt lieber mal um die Fließbänder ja warte noch bis das Logistik fertig ist dann kann ich das viel schöner machen ey ist doch egal man braucht keine Logistik doch man braucht Logistik nein ich will das von Anfang an ordentlich machen sonst sieht das aus wie ein Schlachtfeld nein so wie ich das mache ist das immer voll ordentlich sicher? ja aber man braucht keine Logistik ja äh kein teiler Fließband die Kiste ist gleich voll ja gleich voll kann sich nur noch um Jahre handeln achso da geht ja mehr wie 1.000 rein stimmt nehm hehehe johh riech hehe johh 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 soo johh dann Ach so hast du das vor, ja ok. Lack, 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 die lack, lack, ähm, hä wozu brauchst du denn die Teiler-Fliesbänder? Ich hätte es halt einfach von der Kiste was da hinten hingelegt, dass da Eisen kommt. Ich hätte einfach gemacht, dass wir ein Fließband von Eisen haben und dann immer absweigen tun, wo wir Eisen brauchen von den Platten. Aber das braucht man doch jetzt noch nicht machen. Man kann dann später einfach einen Teiler reinsetzen, fertig. Braucht man jetzt. Ok, dann mach. Ähm. Du musst die Tor jetzt mal entfernen. Nein, du musst die nicht entfernen. Hat er was schon. Brauchen wir einen intelligenten Greifarm schon? Intelligenten Greifarm, nö. Kann man sich eigentlich auch bewegen hier, ohne wirklich zu bewegen? Hä? Dann kann ich mich ohne BASD zu drücken. Funktioniert das? Nee. Doch, schau. Ja, toll. Dann soll ich mal Geschütztürme erforschen? Ja, kann ich machen. Ja, mach. Ja, mach. Bei Geschütztürmen bin ich dabei. Dann können wir dann direkt mal die Aliens bei uns in der Nähe ausrotten. So. Dann kommt jetzt hier aber ne Kiste hin, wenn ich bitten darf. Ja, kannst rein machen. Ne, du hast die Kiste. So. So. Stimmt ja. So. Aber zum Teil, da muss noch Kupfer hin, ne? Moment, wir können schon unterirdisch machen, oder? Ja. Moment. Ich kann aufbauen. Ich hab so Ressourcen auf die Flicks. Ja, ja. Ich hab auch noch ein paar. Werde ich denn hier auch verteilt? Nein, schau. Was? Achso. Ich hab mich gefragt, ob ich da auch verteilt werde. Wie soll das denn funktionieren? Weiß ich nicht. Das sind Greifarme, die die Teile hin und her bewegen. Aber hier sind Splitter. Hab ich mich gefragt, ob ich da auch gespielt werde. Ja, ja, die Greifarme, also der Splitter hat ja sozusagen Greifarme, die den rüber tun. Ähm. Das geht. Ah, ja. Hey, nein, Philipp, das ist falsch. Warum? Wir brauchen die Badi? Ja, ist gut. Ist schon richtig. Okay, das ergibt jetzt ein Problem mit den Flächen, wenn wir das so direkt darüber machen. Warum? Ach, egal. Was denn? So, jetzt kommt hier noch meine Kiste hin. Nein, das ist bei 190. Wozu braucht man eigentlich die Fläschchen? Zum Forschen. Oh. Aha. Die tun wir in das Forschungsteil rein und dann wird mit den Flächen erforscht. Alles klar. So. Kupferkiste ist da. Eisenkiste ist da. Hä? Warum hast du denn nicht das Kupfer direkt von der anderen Seite an die Flächen dran gemacht, Philipp? Von hier. Du kannst das auch von mehreren Seiten befüllen. Ach so. Ja. Ja, stimmt. Der kriegt irgendwie nicht mehr viel Elektrizität an. Sie ist ja ein Black Machine. Aha. Ja, deshalb produziert die so langsam. Hast du zufällig einen Greifarmgrad? Bei mir ist zu viel in Produktion. Äh, kann ich dir aber kurz machen. Wohin? Genau vor dir dorthin. Ja. 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 Genau. Hä? Mach doch einfach so. Nein, nicht so. Das ist ein Umweg. Ist doch scheiß egal. Doch. Jetzt lass das so. Nein. Nein. Das muss wittig sein. Das stört mich sonst. Ja, aber das ist Verschwendung von Fließbändern. Nein, wir brauchen keine Verschwendung. Äh, ist egal. Das ist nicht egal. Doch, ist egal. Außerdem. Junge, Junge. Ja, wir brauchen mehr Strom, dringend. Dann mach nur ne Dampfmaschine hinten fahren. Dann kommen die Aliens, weil der Radius sich erhöht. So, ich mach jetzt das hier mal so, damit... Ja, dann bau mal die Geschichtstürme. Ja, es wird erforscht. Ach so. Ach so. Ach so. Da oben steht's ja. Ach so. Er kriegt aber nicht genug Elektrizität, deshalb ist der so langsam. Philipp, jetzt übertreib's aber nicht, ja? Mit was? Na, mit der... Mit der... Mit der Steam Engine. Hä, man kann die auch hintereinander hängen? Ja. Oh. Ich hab die immer wieder alle neu ans Wasser gehängt. Musst nur gucken, dass die Wassertemperatur 100 Grad ist. Was hier grad nicht der Fall ist. Die... Das... Die ersten sind eh nicht immer 100. Das versteht, warum sind die nicht 100? Bei mir waren die immer 100 Grad. Na, ist doch egal. Ich glaub, die haben immer nur so viel, dass das, äh... Okay, die Leistung ist auch nicht komplett. Ja, die müssen... Wenn die 100 Grad haben, dann... haben die volle Leistung. Aber bei mir war immer nur, äh... einer von den beiden 100 Grad, die ich, äh, am Anfang hatte. Naja, machen wir denn genug? Nö. Nö. Nicht ganz. Hä? So bin ich. Oh, da. Hä? Warum produziert eigentlich die eine Seite Öfen so viel und die andere so wenig? Hä? Weil die erste nur bis 48 Grad macht und die zweite von 48 bis 81. Hä? Ich red grad von unseren Öfen. Ach so. Ja, ich hab gedacht von den Heizkästen. Ich glaub, das liegt daran, dass der Greifarm immer nur eine Seite nimmt. Toll. Nein, die nehmen von beiden Seiten. Ja, aber nur, wenn die eine Seite leer ist. Nein. Natürlich. Die nehmen immer Kohle, nur wenn die Kohle auch gebraucht wird. Hä? Ich red an den Kisten, Mann! So, warum... Warum... Hä, grad hast du doch von den Öfen geredet. Ja, aber die Kisten von den Öfen! Ja, also die Greifarme sind langsam. Ah ja, wir können ja eh schnelle Greifarme machen. Da, ich mach mal einen. Greifarme. Greifarme, ja. Greifarme. Halt's Maul. Okay, ich find die, die, die Geschütztürme für dich, ja schon. Mhm. Alter, die gehen voll ab, ey. Ich liebe das. Ähm... Als nächstes das abdeckt, das Militär ist wichtiger. Ne, Militär ist wichtiger. Ein Tag, Nachbar? Auf Wiedersehen, Nachbar? Ein Tag, Nachbar? Wir machen, äh, Militär, damit wir die Islands direkt wegmachen können. Okay. Ja, jetzt wo wir die zweite Steam Engine gebaut haben, wird das wahrscheinlich auch notwendig sein. Was? Jetzt wo wir die zweite Steam Engine gebaut haben, wird das vielleicht auch notwendig sein. Mhm. Ja, wir sind eh noch relativ weit weg von den Aliens. Vom Verschmutzungsgrad her. Ey, das ist grad zurückgegangen, die Verschmutzung. Zurückgegangen? Ja, ein Kästchen verschwindet und geht immer wieder hinten wieder hin. Okay. Links unten im Eck. Kannst du nicht entscheiden, ob der jetzt verschmutzt ist oder nicht. Jetzt ist es da, jetzt bleibt es da. Scheiße. Nein, jetzt ist es wieder weg. Oh. Jetzt ist es wieder da. Ja, äh, kannst du uns mal helfen, hier im Wald wegroden, David? Wenn du grad eh nix zu tun hast. Und das sieht mir fast danach aus. Bei mir ist die Spitzhacke kaputt grad. Tja, mach dir ne neue ganz ein. Ja, mach ich grad, aber ich hab grad noch andere Protektionen anlaufen. Hör auf, den gleichen Baum abzubauen wie ich. Ich kann nix trotzdem bei mir laufen. Wieso produzierst du auch so viel auf einmal? Weil Massenproduktion cool ist. Ah, ah. Unnötig. Wir brauchen grade nicht sonderlich viel. Puh. Hä, ich find das aber immer noch komisch, dass nur an unserem Spawn so riesige und viele, äh, Erzfelder sind. Sonst ist da nur Kohle. Ja, aber das kommt in mehreren mit dem Gegenwort da noch. Okay. Moment, holen wir eigentlich grad ne Schneise bis ganz oben? Alter. Leck. Ja, eigentlich schon. Alter, kann das mal aufhören zu lecken? Das ist grad David. Wieder. David, ey, sei mal nicht so inkompetent. Ich hab grad rausgetapft, vielleicht klar, äh, vielleicht krass. Ja, ich musste. Ihr, äh, Spotify-Fly-Player ist einer. Wieso hörst du auch Spotify? Weil das geht nicht klar. Ich nehm ja nicht auf. Ja, trotzdem wird das nicht klar. Äh, äh, Gleichberechtigung hätte ich gern, weil ich kann jetzt grad nicht Musik hören. Philipp, sag mir, dass du auch Spotify hörst, wenn er nachher... Nein, ich gucke aber grad nen Livestream. Alles klar, ja. Zählt auch. Nee. Zählt überhaupt nicht. Soll ich vielleicht auch in Livestream schauen? Dann bricht mein Internet von mir dann komplett ein. Nein, bitte nicht. Mann, ich baue nur kurz was auf, um dir was zu zeigen, ja? Was willst du denn aufbauen? Das gibt's so. Dann muss ich doch mal gucken gehen. So. Äh, so. Danke. Das ist nicht so ein Viertel Lasse. Oh. Alter, wie viele willst du davon noch machen? Ja, ja, warte mal. Warte mal. Und das da. Viergang. Oh, Militär beendet, sehr schön. Ähm, dann jetzt Optik. Also. Platzmangel. Was soll das überhaupt werden? Das siehst du gleich. Okay, das ist grad übertrieben lang. Ich wollte eigentlich nur fünf Stück machen. Gut. So, Garnic, wir können uns ja währenddessen um die Turtles und das Militär kümmern. Ja, bin ich grad schon dabei. Okay. Ähm, ich... Wer... Wer will ne MG und wer will ne Schrotze? Nicht für Schrotze. Ich will ne MG. Okay. Schrotze, 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 Schrotze. Schrotze, Schrotze, Schrotze. Äh, wo ist überhaupt die Kiste, die wir da hatten? Da. So... Hier ist schon mal deine Schrotze. Musst du dir noch Muni für machen. Fahre ich die auf Garn Nummer zwei, oder was? Du kannst die auch auf eins tun. Ist... Sinnvoller, weil du die mehr benutzen wirst. Äh, Philipp, in der Holzkiste bei unserer Eisenschmelze ist ne MG für dich drin. Jo. Hm... So... 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 Ähm... Oh, jetzt hab ich mit Kupfer weggetan. Wie... Wie... Was meint... Was meint ihr, wie viele MG's brauchen wir, um das Dorf auszulöschen? Da reichen doch drei, oder? Normalerweise schon. Okay. Gehen wir einfach alle hin und setzen alle drei... äh, alle... eins hin. Alter, wozu machst du so ne große Flaschenproduktion? Das macht einfach keinen Sinn. Weil wir gleich die Forschung hartkopf beschleunigen. Ich hab irgendwie Angst. Aber wir haben doch nicht so viel Energie. Eben. Alter, mach mir halt ein paar... Ich mein... Das bringt überhaupt nix. Es bringt nix. Ich... Jucke... Die Hitze reicht doch nicht aus, oder? Wir laufen doch jetzt schon nicht auf voller Energie. Das ist ein Grund, warum ich überleide spiele, ey. Okay. Bevor der Wahnsinnige dann noch wieder drei Steam-Menschen zusetzt, ey. So, die drei Geschütztürme sind gleich fertig. Hast du eigentlich noch Munition für mich? Äh, ich hab 45 Munition mir gemacht. Du kannst einfach Eisen nehmen und dir selber ein bisschen was machen. Bei Militär. Ja. Ah, und Kupfer brauchst du. Shotgun-Shades. Genau. Ja, ich mach mir einfach alles, was geht, ey. Bei der Shotgun musst du übrigens in die Richtung von den Gegnern gucken, äh, und dann, äh, Leertaste drücken zum Schießen. Da wird nicht automatisch gezielt. Ups. Äh, dann mach ich erstmal Stahlverarbeitung, oder? Ja, Stahl ist richtig am Anfang. Ja. Gucken wir uns eigentlich auch gegenseitig anballern? Naja. Jucke, du hast ja schon den Mast kaputt gemacht. Loin, was? Ernsthaft? Ja, guck doch mal. Ach, loin. Hey, da war der Mast. Du hast den beschädigt. Ich hab ihn aber wieder repariert. Den hier, wo ich dran stehe. Mach den hier? Mhm. Was hat David wieder gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Er schießt, er schießt gerade auf unsere Masten. Ah. Wer ist denn bei Waffe in der Hand gedrückt, das soll ich dann an? So, ich tu jetzt mal hier die Kiste. Ähm. Für jeden einen Geschützturm. Wir brauchen auch Munition, gell? Ja, schon klar. Ich mag, es kommt jetzt als nächstes. Und Philipp, deine MG liegt noch drin. Ja, ich hol dich grad. Oh. Jetzt hör auf, hier rum zu ballern. Ey. Nein. Vorher war aufs Leertaste, bin ich dann irgendwie so schnell gelaufen auf einmal, immer so kurz. Was? Nein, ich will nicht da. Hä? Hm. Boah, du mit deiner Scheiße hier. Du regst mich richtig auf damit. Ey, das funktioniert nicht. Was wär ich? Nein, der Philipp. Du wirst sehen, wie das funktioniert. Nein! Ich hab's weiter gesagt. Du wirst sehen, wie wir out of Strom rennen werden. Ja, am Anfang. Und außerdem brauchen wir nicht mehr Flaschen. Wir haben genug. Und die Forschung geht auch schnell genug. Das ist übertrieben, was du da machst. Ich weiß. Sie sagt nicht, ich wäre verrückt. Du bist ja auch verrückt. Ja, ich bin auch verrückt. Na, ich bin nicht verrückt. Ich bin Pfotzengericht. Scheiße. Nein, hört auf auf dieses Fließband zu gehen. Nein, hört auf. Ja. Es ist lustig, wenn da immer so kurze Electricity-Impulse reinkommen. Bei den Maschinen. Da, siehst du, wie schnell bei unserem Labor die Elektrizität runtergeht. Okay, jetzt nicht mehr. Oh, jetzt ist er wieder bei 100. Egal. Weißt du, du hast das noch nicht mal schön in eine Reihe mit den anderen gemacht, ey. Was schön in eine Reihe? Du hättest das hier einfach hintersetzen können. Dann hätte das wenigstens schön ausgesehen. Ja, aber dann hat der Platz nicht gereicht. Oh, ne, hört du nicht gerollt. Das ist ja gar nicht so, als wäre das genau gleich oder so. Das hier ist einfach nur Scheiße, was du da gemacht hast. Das ist einfach eine Tatsache. Kannst du gar nicht mehr läutern. Ich will ballern. Ja, warte. Ich bin bei der Munition-Produktion. Molle! Ballern! Entschuldigung. Was ist das für eine Scheiße-Siege? Tja. 30 Muni pro Geschütz sollten reichen, oder? Für ein Dorf. Ja. Aber der weiß es schon. So, was machen wir denn als nächstes? Kennt man doch nichts anderes von dir. Wollen wir mal auf Hochöfen gehen? Ah ne, da brauchen wir Wissenschaftspaket 2. Was machen wir denn als nächstes? Ah ja, Verteidigungstechnik ist noch gut, dann können wir uns noch Rüstungen machen. So, ich tu mal, äh, 60 Munition hier rein in die Kiste, da könnt ihr euch beide 30 rausholen. Für euer Geschütz. Da hab ich das wieder rausgetappt. Ey, du... Alter... Boah, leckt das, ey. Ist ja grauenvoll. Ja, ich bin schon wieder drin. Ah, geht doch. Ja. So, in welcher Kiste? In der, wo der Fotzengesicht steht. So. Wo das Fotzengesicht steht. Ist das mein Geschützturm? Ja, und da auch noch 30 Munitionen. Mit nem Rechtsklick splittest du das, David. Okay, 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 gleich. Philipp, unser Eisen hat zu wenig Strom. Moment, Munition ist jetzt für was? Das Geschützturm. Jetzt kurz die Aliens tot und dann können wir wieder mehr Strom produzieren. Das müssen wir gleich ins Geschütz legen, wenn wir das aufbauen. Okay. So, dann gehen wir erst für die Aliens, oder? Moment, einen Moment, einen Moment, einen Moment, einen Moment, einen Moment, einen Moment. Fotzengesicht, ich will ficken. So, jetzt habe ich meine Munition mal bekommen. Gut, let's go.